Haben Sie Goldschmuck, den Sie nicht länger brauchen? Dann machen Sie Ihr Gold zu Geld mit Briefgold. Rufen Sie jetzt an oder besuchen Sie uns online und wir senden Ihnen dieses kostenlose Goldkit. Füllen Sie den Beutel mit altem Schmuck und schicken Sie ihn an uns zurück. Unsere Experten bewerten dann Ihr Gold und wir senden Ihr Geld innerhalb von 24 Stunden. Briefgold hat mir 473 Euro gezahlt und ich war überrascht, wie schnell das ging. Also, machen auch Sie Ihr Gold zu Geld. Was muss ich? Ich muss gar nichts. Du musst das Video jetzt fertig machen. Muss ich nicht? Wo bist du hingerannt? Du Aschi, komm her, wo bist du? Schätzelein, ah da bist du ja. Ah, du bist so lieb. Du bist so schnell. Junge. Renn nicht so. Was rennst du so? Welfe, boah. Killst arme Dunder. Schäfst du dich gar nicht? Boah, wie brutal. Guck mal, mein Angriff, das ist wie weggauchen. Hauch, hauch, hauch. Ich treffe dich nicht. Hauch. Ey, hallo, ich hab füßt mal bei einem Dunder. Stark. Oh Gott, nein. Was passiert, wenn man Dunder verärgert? Ich bin, ich bin. Ja. Soll ich dir was verraten? Was? Ich nehm das grad hier auf. Samt Stimme. Du machst dich zum Affen. Ja. Wo bist du? Ein kleines Putsi. Yolahiri. Nach dem Dreh, Saju und Belfe Gore sind. Was sind wir eigentlich? Wir sind... Was? Guck dir meinen geilen Ruf an. Ich bin rot und du auch. Und ich bin besser. Ha ha ha. Ich bin dein Mutter. Ich bin dein Mutter. Ich bin dein Mutter. Yes, we can. Wir haben ein paar Tage. Ich hab dir nicht gechenkt. Schnüff. Schnief, schnüff. Schnief, schnüff. Schnief, schnüff, schna. Schnüff, 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 schnüff. Wir sind doof. Dieser Tommy B-Boy. Tommy B-Boy. Lol. Was? Dieser Tommy B-Boy. Was will der uns schon anhaben? Jetzt ist er weg. Der hat uns sicher belauft. 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 Gar nicht. Guck mal, ich kann tolle Skills. Hui. 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 Weißt du was? Weißt du was ich total blöd finde? Dieses Outfit. Das sagt doch schon... Das sagt doch schon alles, oder? Ich mag das hier. Das ist toll. Ja, liebe YouTuber. Wollt ihr mal mein Inventar sehen? Es ist unaufgeräumt. Da, das sind meine SPs. Du sollst deine Modenschäulen lassen machen, oder? Ja, komm, lass machen. I am too sexy for my shirt. Ist so sexy for my shirt. Ist so sexy. Die Waffe muss raus. Jetzt. Jetzt sind wir sexy. I am too sexy for my blood. Ist so sexy for my... Nee. Und mein Inventar ist voll. Ich brauch grillen. Ich hab keine Brille. Ich auch nicht. Zumindest nicht dabei. Warte, warte, warte. Was hab ich so dämliche Muscheln? Geil, ich hab nur eine 5 Muscheln, von der ich nichts wusste. Du hast immer noch meine Muscheln. Muscheln. Ich weiß, die kriegst du nicht wieder. Die eine hab ich verkauft. Echt? Nein. Wusste ich doch. Hast nicht den Mut dazu. Hast du das jetzt endlich ausgestellt? Guck mal. Nein, hab ich nicht. Mal sehen, wie ich ohne aussehe. Oh, niedlich. Guck mal, wie fettig ich aussehe. Jetzt, wo du's sagst. Ja, jetzt, wo du's sagst. Stimmt. Ich mag diesen Haarreifen voll. Oh, ich muss 10 oder 10.000 Gold geben. Toll. Ich will dir nicht so viel geben. Warte, warte. Ja, jetzt schil ich aus. Jetzt sind wir langweilig. Wir sind eh die ganze Zeit schon langweilig. Oh, siehst du cool aus. Sag tschüss. Mann, tschüss. Sag tschüss. Tschüss, komische Leute. Da, krass. Mann.